Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft PvP. Ich bin heute Badwars zusammen mit dem Paluten. Hallo Tim. Hallo. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Danke Paluten. Wie geht's dir? Das freut mich. Mir geht's auch richtig, richtig gut. Das freut mich auch ein bisschen. Nur ein bisschen, dass es mir geht. Oh Tim. Ich baue mich schon mal rüber. Okay, bau dich schon mal rüber. Ich habe mich jetzt direkt schon mal equipped mit einem Schwert sogar. Okay, das ist gut. Machen wir nicht noch mal den Fehler. Nee, nee. Komm, Schasu. Oh, der hat auch was. Der hat auch ein Schwert. Oh Gott, der eine hat richtig. Der gönnt sich. Die haben beide ein Schwert. Warte, ich hole mir... Ich habe beide getötet. Sauber. Kannst du es abbauen? Ja, hab ich es gemacht. Paluten, du bist der Beste. Mama, Mama, MC Expert. Ja, der hat gesagt, ich bin der Beste. Jetzt kannst du sagen, dass es ein Scherz war. Wieso? Das ist kein Scherz, ey. Jetzt hat es kein Scherz, Mama. Mama, die ärgern mich hier. Mama, Mama, MC Expert ärgert mich. So, wir müssen mal in die Mitte eigentlich, ne? Ja, stimmt. Oder wollen wir mal die Runde machen? Ja, lass uns mal die Runde machen. Okay, brauchst du dich weiter? Warte. Äh, ja, ja, doch. Ich habe Jenny von The Blocks. Ich moke das. Dann würde ich mir erst mal ein bisschen Rüstung nehmen. Oh, Alter, sind wir zu blau? Ich weiß nicht. Warte, ich guck mal. Ne, grün. Ist das grün? Ja. Grün scheint nur da zu sein. Okay. Ist das grün? Baue ich mich gerade richtig? Äh, warte. Ja, in etwa. Oh, oh, so fass. Ich bin ein bisschen vom Kurs abgekommen. Alles gut. Aber da kommt, da guckt jemand. Ja, da ist ein Super Saiyajin. Aber wir haben bessere Rüstung. Andi, du hast gar nichts. Sauber. Oh, Alter, hast du das gesehen? Ja, ja, ich, ich baue es ab. Baue es ab. Baue es ab. Baue es ab? Ja. Okay. Haps. Alter, slow. Da. Oh, der ist Super Saiyajin. Den haben wir gereckt. Haben die? Ne, die haben auf keinen Weg in die Mitte. Aber hier können wir längs. Ich brauche kurz was zu essen. Okay, ich gehe schon mal weiter, ne? Oh, da kommt jetzt aber einer. Der steht da noch. Der ist hier drauf gesprungen, glaube ich. Ne. Ich sehe hier einen. Ich komme zu dir. Kommst du? Ja. Ja, ich, ich, ich gönne ihn mir. Alter, ich schlage ihn runter. Die Turbo Turbine. Baue mal ab bei uns. Juhu. Bei uns sieht gut aus. Mach mal weiter die Runde hier. Guck mal hier. Ich habe immer Angst, dass ich jetzt einer. Nein! Was? Nein, der ist nur ein Oranger. Ich, ich muss mich runter. Ich, ich schmeiß mich runter. Tim. Bei unserem Bett? Achso. Ja, ja, der, der, der rennt zu unserem Bett. Ich habe mich runtergeschmissen. Oh, und er ist da. Er ist da. Ja, ich, ich mache Respawn. Wo, wo ist er? Ne, der ist noch nicht da. Hä? Doch. Nein. Ah, nee, wir sind grün. Ja, ja, wir sind grün. Bei, ah ja. Okay, bei Rot ist er reingelaufen. Ja, ja, ich muss gucken. Nicht, dass er jetzt hier. Hä? Ist noch niemand in die Mitte gelaufen? Ich weiß es nicht. Doch, irgendeiner hatte schon was in der Mitte. Weil, kein Weg ist da wirklich zu Ende gebraucht worden. Doch, doch. Team, Team Blau. Ne, Team Türkis. Die, die gönnen sich richtig. Okay. Die haben einen Weg in die Mitte. Gibt er da jetzt schon? Ne, er, er badet da noch. Warte, ich bin bei Gelb. Okay. Oh, die kämpfen da gerade. Dann misch ich doch mal mit. Jo, ja, misch mal ein bisschen. Ab in! Blau Bär. Oh, das Bett war schon weg. Da war das was anderes. Einer hat jetzt den Weg hier abgebaut. Und Blau, ach Blau ist auch schon komplett weg. Na gut, dann mache ich mir mal ein besseres Schwer. Passert Down. Zack, und dann mache ich mir so ein Magic Stick, wie Paluten immer sagt. Magic Stick. The Magical Magic Stick. So, Blau ist down. Pink lebt noch, aber den einen habe ich eben gekillt. Und die Türkisen laufen in die Mitte ganz alleine. Äh, die haben sich, die gönnen sich richtig. Das bringt mir jetzt nichts. Versuch mal den Weg da zumindest schon mal hinzubauen. Ich werde gleich so oder so runtergeschossen. Ja, jetzt werde ich runtergeschossen. Das war ja schon fast mit Ansage. Oh Mann, oh Mann. Die Türkisen, die werden der härteste Brocken. So, was brauche ich denn noch? Ich habe so viel Stuff. Warte, ich hole mir mal... Hast du denn Gold schon? Nee, nee. Also alles ist nur Gold nicht. Eine Spitzhacke, wäre mal ganz gut. So. Oh, die bauen sich jetzt aber auch zu uns, Tim. Ich brauche jetzt hier gleich Support. Okay. Ich versuche kurz, die Türkisen zu killen. Ja, zu den Türkisen bin ich auch gerade auf dem Weg. Ich bin... Äh, ich meine Pink. Achso. Der... Oh Gott. Hä? Oh, ich bin tot. Und ich fall schon wieder runter, Alter. Ja, dann würdest du wenigstens bei uns. Bist du richtig runtergefallen? Äh, ja. Also erstmal bin ich gestorben. Achso, ah, okay. Und dann runtergefallen. Okay, wollen wir uns auch mal in die Mitte bauen? Äh, irgendwie müssen wir die Türkisen töten. Das stimmt. Also die werden... Die sind eigentlich die, die herdesten... Also die werden halt die übelsten Sachen dann haben, ne? Ja. Ja, wir müssen die halt irgendwie... Ups. Bauen wir hier so einen kleinen Schutzwall. Ich geh mal ein Stück weiter und baue mich dann von da aus in die Mitte. So. Weil mit, äh, Team Pink müssen die sich ja auch noch battlen. Ja. Aber ansonsten haben wir die komplette Runde getötet, ne? Ja, ja, wir haben... Oh, oh Gott, das war ganz gut. Aber Team Türkis kann uns halt noch super gefährlich werden. Ach, hier ist auch schon... Ne, der kann wieder nur rum. Der hat keinen Bogen. So. Oh, der eine hatte eine Enderpearl! Oh, echt? Die sind richtig... Ey, wir... Okay, du musst sofort zurückkommen. Du musst... Händen. Okay, ich hab den einen getötet. Okay, nice. Ich hab den einfach runtergeschlagen. Aber die haben halt super viel Stuff. Ich versuche kurz in die Mitte zu kommen. Weil ich bin jetzt auch schon fast da. Dann bring ich Gold mit. Hier ist echt viel. Oh, nein, 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 nein. Ja, vier... Acht... Ne, sechs. Doch, acht. Oh Gott, ich hab ein richtiges Problem. Nein, ach, crap. Ich komme! Nicht dahin zu schwarz. Ja. Uh, der läuft da weiter. Von der anderen Seite kommt auch jetzt gleich ein Pinker. Ich hol mir jetzt einen Bogen. Ja, ich hab das Bett von denen abgebaut. Nice. Nein. Unser Bett ist weg, Tim. Unser Bett ist weg. Unser Bett ist weg. Okay. Warte, ich komme gleich zu dir und dann kann ich hier Gold mitbringen. Ich bin... Ich bin tot. Ich bin tot. Echt? Ganz tot? Ich bin komplett weg, ja. Team Pink und... Also Team Türki ist nur noch Team Pink auf... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Absolut, absolut dramatisch. Oh nein, Team Pink ist... Oh nein. So, ich hab jetzt noch ein Schwert. Ich hab so glorreich Team Türkis und dann kommt dieser Pinky, der Pinky Panda. Aber du bist mit Würde gestorben, Paluten. Ja, danke. So, mal gucken. Achso, beide Türkis leben aber noch. Gut, dann... Mach ich mir was zu essen. Und ansonsten hab ich, glaub ich, alles. Oh Gott, der kommt da. Ich hab aber ein Eisenschwert, deswegen... Muss er jetzt sterben. Dankeschön. Aber die respawnen halt noch, die alten Schlawiner. Ja. So, mal gucken. Was kann ich noch holen? Ich bin... Ich weiß irgendwie gar nicht, was ich holen soll mit dem ganzen Tag. Nee, gar nichts mehr. Aber ich hab... Ich bin da Speed Potion. Genau, Speed Potion ist eine gute Idee. Und Heilungspotions. Wenn du noch irgendwie Gold bekommst, Rettungsplattform, ne? Ähm, ja, ich hab eine. Warte, und... Das hier. So, Speed Potion. Und jetzt kann ich eingreifen. Okay. Oh Mann, Alter. Team Türkis ist draußen, sind aber auch noch zwei. Und... Oh Mann, der letzte Mojikaner bist du von Team Grün, Tim. Der letzte Mojikaner. Haben die irgendwelche guten Sachen, die pinken? Äh, das kann ich dir leider nicht sagen, Tim. Die werden bestimmt... Also, ich mein, die waren ja auch eine, die in der... Inselmittel waren, ne? Mhm. Die werden sich gegönnt haben. Oh, getroffen! Oh, da hast du ihn ja sogar rausgehauen. Krass. Oh. Ist das ein... Derk-Getrank oder ein Speed-Punkt? Ähm, Speed. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt reinrushen sollte. Oder lieber... Ich weiß es nicht. Oder ob sie dich schon... Schon gerochen haben. Das kann auch sein. Glaube ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass die sich raus trauen, weil eben auch der... Andere Dude überall rumstromert. Oder ich töte den halt zuerst. Aber ich bin jetzt schon bei denen. Ich wollte grad sagen, also... Hm. Oh, ich weiß nicht. Ich baue mich einfach hier durch. Ich baue mir ja genau... Oh, oh, er hat sich kurz die Druckplatte. Ah ne, das bringt mir nix. Ich gehe jetzt erstmal weg. Und versuche, den anderen zu töten. Muss ich erstmal einmal rum. Ich hätte erstmal versucht, Team Pink zu killen. Ja, zu zweit halt. Mit einer Stärke Portion oder so wäre das ganz gut. Aber die habe ich halt nicht. So, für schlechte Zeiten. Und dann gehe ich jetzt einmal rum. Ich hätte einfach versucht, die beiden zu racken. Aber für Gottes Willen, Alter. Die will ja nicht... reinreden. Du bist der MC EXP jetzt. Warte, jetzt gehe ich in die Mitte, weil jetzt ist der... Ne, wer ist das? Der Türkise da, ne? Oh, aber er schießt. Egal, ich habe ne... Dingens... Rettungsplattform. Uiuiui. Oh Gott, Alter, den einen habe ich fast... Betroffen. Betroffen. Er baut sich zu. Oh Gott, Tim. Oh, schlechte Idee. Oh Gott, ganz schlechte Idee. Oh Gott. Oh, jetzt weiß er, wie er es machen muss. Oh, ich muss... Ah, was mache ich denn? Nein, ich wollte mich gar nicht porten. Aber egal, ich bin nicht weg. Egal. Na, dass ich weg komme hier. Ähm... So, dann hol ich mir nochmal so ein Ding. Für schlechte Zeiten. Man muss das ja gar nicht drücken. Man muss nur stehen bleiben. Also, man muss einmal drücken, aber nicht gedrückt halten. Nö, gedrückt halten. Okay, die Pinken haben sich komplett verbarrikadiert, die allen Schleimler. Johan. Oh, jetzt haut er ab. Ne. Ich trinke mal ne Potion. Ach Gott. Wie hast du es? War aber ein eleganter Sprung. Aua. Ah, Team Pink? Die haben keine Bögen, ne? Ach, komm schon. Ich weiß es nicht. Ah. Ah. So. Und jetzt? Zago getroffen. Komm schon, go. Go Team. Bleib mal getroffen. Los. Geh down. Jetzt hat er halt nicht mehr viel. Aber ich darf mich auch eigentlich nicht hier raus bewegen. Ja, ice down. Okay, dann kann ich mir jetzt hier ein bisschen Gold snacken. Alter Falter. Alter Falter. Oder ist der Stärke trank? Genau, der Stärke trank. Das ist gut. So, dann habe ich jetzt 12 Gold, wo ist Pink. Da. Ja. Okay. Dann gehe ich jetzt hier einmal die Runde. Weil ja, die haben echt nix, oder? Nix von der Mitte. Die warten einfach nur. Ne, ich glaube, die Bögen habe ich bei denen nie gesehen. Aber ich kann ja, ich will jetzt auch nicht dir irgendwas falsches erzählen. Wenn die jetzt Bögen haben, Paluten. Alter. Dann ist alles da eingefüllt. Jetzt haben die alles. 20.000 Endpearls. So, das kommt weg. Dann habe ich noch ein paar Heigness Potions. Zack. Ein paar ist gut. Die haben sich vor allen Dingen so eine richtig krasse Base. Dann gönne ich mir noch eine Speed Potion. Dann geht es los. Bin ich richtig? Richtig? Ja, Speed. Ja. Boom, boom, boom. So. Achso, Stecke Potion sollte ich auch gleich trinken. Die ganze Zeit Friend Request von Creepmaster1997. Aber der ist cool, nimm den Namen. Oh, okay. Creepmaster. Jetzt muss ich natürlich noch irgendwie da hinkommen, ohne runterzufallen. Ja. Aber, ja, die haben keine Bögen. Hast du gesagt, ne? Ja, ja. Wie lange hält die? Ich habe mir die auch nicht angeguckt, als ich sie das letzte Mal gesehen habe, als ich noch geliebt habe. Da hatten sie... Viele verstehen das immer nicht, dass man sich hinter zwei Bögen... Da werden die Fallen ausgelöst. Der blinde Tim. Hilfe! Oh Gott, die haben so viele Dinger hier. Oh Gott. Oh Gott. Die sind selber reingelaufen, glaube ich. Wo geht's denn hier hoch, ey? Hier. Ja. Ne. Nein! Ansonsten bau dich einfach so nach oben, ne? Da, okay. Hier. Oh Gott, Alter. Ja! Ja. Ja! Ja, ja. Ja, ja. Ja, wuhu! Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, das war echt ne spannende Runde. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. mit dem Paluten. Schaut doch auf jeden Fall ihm vorbei, denn bei ihm haben wir auch eben eine super tolle Runde auf einer neuen App gespielt. Lohnt sich auf jeden Fall vorbei zu gucken. Und da war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Erwärmung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.